hallo meine freunde weiter geht's in pistenhaus survival und ihr habt ja so fleißig hier youtube angeschrieben und hat gesagt hier wir wollen den mit dabei haben wir wollen den mit dabei haben und heute haben wir ja der wurde von euch auch gewünscht ja das ist auch so eine art von dem das habe ich öfter in deinem videos gehört okay wo wir haben wir müssen erstmal hier sagt erst mal ausstatten vielleicht ein fütterchen ja wer auch in zukunft weiter rennen darf ja ach so essen genau wenn du mir eins kurz gibst dann kommt ihr nach dankeschön so weil damit solltest du moment hinkommen ach ja das ist ja das kann ich dir auch mal gerade zeigen noch wir haben hier vorne eine eine hähnchenfarm sozusagen hier da darfst du dich wo ich hin und wieder bedienen oder nehme ich mir direkt mal die elf raus sie dürfen erstmal ich habe mir gerade auch noch welche genommen so dann so wir brauchen wir brauchen erst mal werkzeug für dich ne machen wir erst mal noch ein paar sticks sechs sind hier oben drin ich habe sticks so sind ganz viele in den kisten spitzhacke brauchen wir machen wir erst mal die axt dann machen wir eine spitzhacke so eine spitzhacke schwert sollte es vielleicht auch haben ich glaube den großteil von den sachen die du gerade machst sind hier in den zwei drohen drin ach so ja dann immer raus was er hast moment stimmt das war ja von kalle das war ja von kalle ja man riecht so machen wir noch ein paar pfeilchen so nämlich kaputte axt aber die können wir trotzdem warte 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 axt gebe ich dir das ist dann muss ich mir auch noch eine machen weil ich habe nämlich keine mehr da können wir ja alle verwenden was da drin ist das zeug sogar ein schildchen haben wir auch das sehr gut dann können wir den auch mal zum notfall haben wasser einmal brauche ich hier nicht das ist der helfe was der helfe und reds und nein wir haben habe ich nicht warte dann machen wir die ein dann machen wir die ein bitteschön so fehlt dir noch irgendwas spitzhacke und schaufel aber ich weiß nicht ob ich eine schaue brauche spitzhacke ja schaufel kann man aus stein machen die müssen wir jetzt nicht unbedingt aus holz aus eisen machen warte mal holz 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 wir haben kein was ernsthaft weil man ist da noch irgendwo holz zwischen hier ist eine spitzhacke keine schaufel weil er ist in der schaufel brauche immer die sticks möglicherweise ich besser wir machen man ja immer noch eine machen oder wir machen mal eine hier so was wir haben haben war so warte man mag drops da kommt packe ich erst mal die wolle rein warum erst mal noch nicht müssen wir erst mal so ein bisschen umbauen besonders was jahres klo da hinten angeht das müssen wir gehen abändern da müssen wir auch noch ein werfer müssen wir auch noch bauen ein werfer ja dispenser so ja du hast du hast ja vorhin was gesagt ob man ideen und so weiter ich habe eine zu 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 tun ok warte mal nein ich habe vergessen das telefon abzuschalten ok stecker ziehen hier nein ich bin nicht da ok ja wir gewinnen ich schreibe so dass muss hier das muss das ist ziemlich gefährlich offenes feuer in der nähe von wolle was die offenes feuer in der nähe von wolle mit diese fackeln ist nicht also ja nein das ist nicht so weit weiter will also hier das ist feuerfeste wolle ok sind starke schafe ok ja 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 auf jeden fall nein wir haben wir haben die wolle präpariert weißt du mit dem spezialmittel nach uralten geheimrezept und so so soll das ja so könnte man das auch sagen so dann muss ich das ganze noch ein bisschen ne warte mal warte mal warte mal also ich will das dann da so drumherum so sowas ist weißt du so ne und dann kommt hier hinter kommt dann noch so ein werfer und da soll dann so eine klospülung oder knopf dann hierhin kommt und wenn man knopf drückt soll das kurz das wasser rauslassen und dann mit einem zweiten signal das wasser wieder wegziehen ok so ist der plan gut das klo müssen wir noch ein bisschen schöner designen es würde ich vor allem ich würde gerade beim klo und bei badewanne und so weiter würde ich ein wenig auf quarz gehen und die verschiedenen varietäten von quarz das ist auch mein gedanke ich weiß noch nicht ob wir genug quarz haben im notfall muss man halt welches holen hast du dir denn schon den kopf gemacht wegen der dusche ob du da wirklich wasser drin haben möchtest ja es muss wasser sein ja ja ich will da wasser drin haben ich will da wasser also per knopfdruck oder per hebel also ich will da wasser drin haben wieso streitet sich das ist aber ein bisschen variabel also ne streitet sich mit meiner idee habe ich gemeint ich hatte jetzt die idee gehabt dass man einen sinnbildlichen wasser strahl macht wir packen in den dispenser der oben an der decke ist lapis blöcke rein und stehen auf einem dropper in der dusche drin und wenn wir die dusche anschalten dispenst der dropper automatisch an uns vorbei nach unten hin die lapis blöcke in nach unten und wer die werden dann vom hopper auch wieder nach oben transportiert aber das wäre dann halt kein wasser sondern es wären lapis blöcke das wasser symbolisiert ja aber wir haben doch hier richtiges wasser und so ja aber ich mag kein wasser ja wasser ist nass ne ja das ist doof wie war das mit dem duschen ja ist ja eigentlich schon weihnachten so ich bin noch von 2013 frisch das passt ach so ja dann geht's ja hatte ich weihnachten zweimal verschlafen und schon beschweren sich die nachbarn okay wenn sich die nachbarn schon beschweren da würde ich mir doch gedanken machen so das machen wir hier mal weg so dann machen wir hier so so ach da fehlt noch ein bisschen was warte mal ich habe ja kein holz das müsste auch noch gefragt werden du hast nicht lust holz zu fahren wahrscheinlich wenn wir machen draußen oder wo ja ich will aber erst mal dass er da beim klo weiter bau ich finde wir können ja wir können der arbeitsteilung machen ich kann ja kollektiv sein wenn man nicht nur nebenbei ich meine ich meine wenn es anfängt zu drücken und so ich meine muss man ja irgendwo hingehen ja deswegen schnell das klo bauen okay so dann würde ich jetzt einfach mal rechnen gehen oder ach man ich bin doch ich bin doch blöde und nein du musst das jetzt nicht bestätigen ich hab doch da noch ja ich bin wirklich blöde so egal nein so wird das nie was so kriegen wir keine treppen so und für die wandel können wir gleich auch noch welche machen machen ein paar mehr das war für die wandel dann auch nachher noch welche haben so und ich sollte echt noch mein inventar aufräumen ich bin ich bin manchmal so ein richtiger messi geht dir das manchmal auch so zuhause oder in minecraft in minecraft also zuhause bin ich auch keine sie in minecraft habe ich die tolle angewohnheit dass ich nach einer kürzesten zeit eigentlich funktionierende kistensysteme habe aber ich spiele ja auch größtenteils modpack also das macht es mir um einiges leichter aber auch im vanilla habe ich normalerweise riesige lager bei denen das funktioniert hey lass das stirb du zombie wo kommst du überhaupt her ich dachte ich hätte hier alles ausgeleuchtet so das heißt da brauchen wir noch so und so und so ein dings da ist ja noch einer wo kommt ihr denn alle her hat da mich so jetzt mal mal gucken der kam irgendwie von oben hast du die zombies alle hergebracht nein nein ich habe mir die füße abgetreten bevor ich reingekommen bin das behaupten sie alle so jetzt packen wir da noch eine fackel ja stimmt es waren die pfoten tut mir leid ja aha hier oben drauf spornen die das ist dann klar dass sie dann über her kommen das ist okay sollte jetzt genug beleuchtet sein machen wir hier auch noch eine fackel in gut dann ja ich bin manchmal verwirrend bitte versteht das nicht falsch das ist kein kein desinteresse an dir oder so das ist einfach nur ich bin so das ist doch vollkommen legitim finde ich gerade alle super finde ich gut und wo bist du jetzt ich mache mich gerade nach so da stehst vor meiner nase und ich krieg es nicht mit aber die truhe da ein okay hast du da heute zufällig auch holz gefunden nicht nur sticks so warte mal die ton die machen wir damit rein warte mal waren wir fehlen aber ein paar kisten haben wir dahinter noch welche wie was wo kommt zum beispiel schienen rein schienen lasst sie erst mal da wo sie sind da anleitung zu ungenau katze stellt den baumstamm fest ja genau so machen wir erst mal ein bisschen platz im ding hier machen wir hier sand da da packen wir das glas mit rein soweit gehört hier irgendwie dazu so ich packe hier vier paar kakaobohnen dabei bittet das nicht weg machen für den fall dass du wissen willst was es ist das ist ja mal kacke okay dann gehe ich jetzt holzfam ich komme ich komme über holz brauchen wir definitiv ich würde sagen wir gehen in die richtung so weil ich möchte ungern den wald hier weg machen weil da hinten haben wir habe ich so ein bisschen angepflanzt so ne dann können wir die bäume ruhig weg holzen so da so weißt du wer ist das reines reines crafting holz theoretisch später ja aber es heißt reines crafting holz was meinst du damit willst du damit sie damit nur kisten und so weiter craften können oder möchtest du mit dem holz auch theoretisch später auch bauen auch das ist universell ja also das holz ist universell ja weil ich habe in vanilla projekten normalerweise immer eine größere menge an spruce saplings denn die sind ja in dem 4x4 seit dem neuesten update in dem 2x2 fällt zu riesen tannen zu erstellen und dadurch hast du extrem viel craft holz wenn du das holz nicht schön findest kannst du damit aber unglaublich viele kisten kraften das ist unglaublich praktisch weil so ein ding da brauchst du dich theoretisch einmal mit der achse nach oben bau sie nach unten hast innerhalb von zwei minuten eineinhalb stecks holz gefarmt das ist doch praktisch also da sollte man eventuell mal ein paar spruce setzlinge organisieren jo das kann man machen so warte mal warte mal warte mal habe ich nicht gerade ich dachte ich hätte gerade birken setzlinge aufgehoben ich habe mir das nur eingebildet oder aha da sind sie da da ha 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 nein nein das war das war wie so ein bug von inventory tweaks das packt manchmal das ist auf einmal das automatisch nachgefüllt ist und aber nicht angezeigt wurde jajaja genau kennt man kennt man aber naja ich mag ich mag es zu spielen ist auch ein bisschen doof immer genau wie das also ich auch ich auch muss ich ganz ehrlich sagen ich liebe es auch ich habe es gerade hier nicht drauf aber sonst ist es halt überall mit dabei ich habe mich mittlerweile sogar an maustreaks gewöhnt das finde ich auch relativ schön maustreaks ja was ist das im endeffekt noch mal eine erweiterung zu inventory tweaks gedrückte maustaste hilft bei vielen sachen item scroller habe ich dafür deshalb also da kannst du dann theoretisch wenn ich wenn ich einfach ziehe oder wenn ich bestimmte über bestimmte items in der truhe drüber ziehe dann nehme ich immer das gleiche item zum beispiel raus ja ich habe ich habe da items scroller da kannst du da mit dem scrollrad so ne ja das ist ja bei inventory tweaks mit drin mausrat theoretisch auch das machen kannst dass du sagen raus nein war bei mir bisher hat das über inventory tweak so nicht funktioniert keine ahnung so warte mal hier unten gleich auch nach pflanzen ganz ganz wichtig dass wir genug zum abholzen dann hinter haben da haben wir denn jetzt überhaupt genug holz ich befürchte mal nicht wir müssen mal den großen baum nach vorne noch schreddern ja den können wir eigentlich auch abholzen da hast du recht dann gönne ich mir aber ganz kurz mal einen kleinen trick 17 ja was für ein trick 17 ich baue mich da jetzt nicht in den baum die gesamte zeit über so hin nein ich baue mich erst hoch ja das mache ich auch und deswegen wo ich mir gerade baublöcke ja so wie oben sind schöne baublöcke gut ich mache das mit erde ich habe keine erde und ich wollte da nicht einfach erde wegnehmen okay ja ich habe erde ha ich bin schon oben im baum ja ich mein baum geklaut würde ich nie tun so was würde ich nie tun so was ich teile ich teile ich teile ich teile dann hinterher mit dir das holz das ist toll ja ne ich bin ich bin da sind wir nicht so wie haben wir nicht so was wir haben mit holzkonten hier bitte was ist jeder für sein holz selbst verantwortlich nein 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 wenn dann wird alles für jeden das ist ja ein gemeinsames gemeinsames projekt also da wird ach da war ich unten da war ich und das ist aber schön brauche ich nicht mehr runter klettern aber jetzt muss ich wieder hochklettern so meine erde wieder einsammeln so ja genau gehen wir wieder rauf da ist genau die packe die muss da wieder weg eine menge holz ja ja viele beschweren sich ja wegen diesen wegen diesen großen bäumen und doch und nö den will ich nicht abfarmen und das ist mir zu viel arbeit aber wenn man es richtig macht so viel arbeit ist das eigentlich gar nicht und man bekommt wirklich viel holz finde ich außerdem kann man es ja auch unterbinden wenn man sich darüber beschwert wenn man es nicht unterbindet dann ist das halt das problem der person ja also nö also ich werde das bestimmt nicht unterbinden weil das ist ja eine menge holz die man da rauskriegt in manchen farmen in autofarmen oder sowas muss man es halt unterbinden damit das holz immer noch die richtige immer gleich ist im endeffekt von der höhe her und sowas ja das kann man ja schon ein bisschen leute drüber und dann geht das so ganz viele setzlinge aufsammeln dürfen wir nicht vergessen ich habe sogar ein abflieg das toll ja da habe ich auch schon ein paar eben gerade wieder gekriegt jetzt will ich mal gucken ist da oben noch irgendwo ein stamm drin wette ich mit oder auch nicht nee die blätter hier die spawnen schon interessant jetzt wird es auch erwartet ja aber haben wir mal kurz den wald vergrößert mit unserer abbauaktion hier ist eine menge gepflanzt wenn das alles nachwächst haben wir hier einen urwald jo so und so viele blumen so das hier muss auch wieder weg gut au 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 dann haben wir das oh leute nachpflanzen ich habe den dodge gemacht nice was den dodge gemacht ja ich bin so nah am skelett gestanden als es mit dem pfeil geschossen hat dass so der block vom schild den pfeil auf das skelett zurück geschossen hat ach was das geht ja klar der pfeil fliegt ja wieder zurück und solange der pfeil fliegt macht dann noch schaden ja stimmt kennt man ja wenn man wenn man ganz viele pfeile in die in in slime blöcke oder so reinschießt und mit den slime blöcken die pfeile dann wieder wegschleudert durch pistons dann hast du ja auch theoretisch so ein pfeilhagel der noch schaden macht obwohl die pfeile einmal zum stoppen gekommen sind so wieviel holz habe ich denn jetzt 58 komm ein bisschen nehmen wir noch mit so aber ich würde sagen wir kommen langsam zum ende der folge ja und machen dann weiter in der nächsten ich sag bis dahin und tschüss ich sag bis dahin